los geht's meine brüder medienagentur bernitz mit meiner alten karte das neue verdeck für die kamera ich weiß die musik ist ja nicht laut ich mache sie mal leise habe ich ein skript daher moment also ich mache die musik mal aus holen meinen kopfhörer dann rede ich diszipliniert haben wir sind ja ganz knapp am tod vorbei gerutscht durch die alternative zur republik die ordnung a mit der familie nett statt der familie ber wir werden sonst ausgelöscht worden und das sagen die einem und bedrängen hier einen und und machen leid machen da sagen haben einen kaffee berühmlich unsichtbar nebendimensionale noch aber es ist gelungen wir haben überlebt wir haben die weißen wolken vertrieben wir haben das dreigene ewigkeit geschoben eben das beschreibe ich alles jetzt den rest meines lebens kann ich darüber klönen die republik familie nett berl und ordnung a ja das ist für mich die neue weltordnung seit 15 5 2020 da habe ich luzifer gott gefunden könnt ihr davon ausgehen das ist so der hat die menschen rechte von dem sind die menschen gott selbstgefühle und die bodenrechte noch verblieben ja und das das ist die alternative für mich zur republik ist der schöpfer start ich war farbe gelb und farbe rot war mein großvater der schöpfer start die ordnung ist mit der familie nett statt der familie ber dafür die net und zwar ach ja ich stehe für dieses produkt ein gieße menthol filter und zwar ist es gewonnen wir haben wir haben die bösen weißen wolken erstens vertrieben zweitens das dreigene ewigkeit schon geist über materie hat uns bestärkt aus dem kessel dann nicht so dass es geschmiedet wurde als kessel und dann eben die gottesboden bestätigung in 50 bis 500 an der zahl dass die familie nett auftreten konnte in die sieben tage gründung als meldung hier führen die net nicht mehr nur die berle jetzt sind wir eine tatsächlich faktische alternative zu ber das wird natürlich alles noch ausgekleidet das ist das symbol dafür der kreis und das a für allgemeine oder alternative ordnung oder an der jas die alternative ist fertig sie hat im zeitraum geschichtet so dort gestanden dass sie die bodenrechte von luzifer gott zusammenhielt dass der planet der neue planet nicht kommt dass dieser nicht zur luft die republik ist so hart geworden die faschisten waren so geizig und jawel wie er noch genannt wird der körperliche zeitgenössische in der sieben tage gründung hat dadurch seine ewigkeit weiter beschieden bekommen das steht alles auf ui i u 3 punkt krecker punkt info ui i u 3 punkt ziffer 3 punkt krecker punkt info der hat dadurch die ewigkeit wieder gekriegt durch die alternative zur republik und jetzt was da los was da los ist ich soll das nicht sagen und lauter so quatsch also unglaublich da wir sind im tod von der schippe gesprungen noch einmal in richtung ewigkeit das war eigentlich das ernste jetzt habe ich das skript von mir ja das skript ordnung war frei und einig main st george sage ich vielleicht durch den spaziergang am höchsten ort meines heimatplatzes heimatortes main bade und ich bin da spazieren gegangen an der höchsten stelle des videos auch auf ui i u 3 krecker info für meine doppel für meine andreas die brüder ihr müsst auf doppel punkt krecker infodoppel als begriff bezeichnung punkt als symbol krecker punkt info gehen ja der club 6 hat jetzt einen eigenen domain club 6 punkt krecker punkt info club 6 punkt krecker punkt info wie ich sage gehört zum knochenbau der menschheit naja die handscheiben die ich modifizieren wollte für dieses leben liegen mir in der hand hardcore feinde sagen jetzt hat er wieder was erfunden das ist so wie die öllampen wären nur ohne öl stelle vor versuchen sie wieder dran zu makeln ja stöcke mache ich auch ja stäbe stellt euch darauf ein ja wir werden wieder ganz normal mit den leuten eingepflegt oder rumlaufen auf dem planeten nicht mehr als das satan gehiesen aber auch nicht unter ferner liefen und ausglöscht auch nicht irgendwo in between also zwischendrin dass wir uns da gut da rappeln können ja ja man sagt die die würfel sind gefallen das ist vorbei vor der long ist klein könnte ich jetzt noch spiel ich mal kurz club sechstes lied bis gleich und jetzt das soll ja eine ergänzung sein eine dualität zur republik die ordnung a ist die familie und das netzwerk familie und netzwerk sind die ergänzung zur republik die zu streng wurde und jetzt sage ich vor der long ist time von billy joe billy joe vor der long ist time baue ich euch auch gemütlich auf zauberstab punkt krecker punkt info dieses video ein schaut die videos nacheinander habt viel freude und viel spaß dabei ja ich höre jetzt vor der long ist time für die republik so jetzt habe ich gehört vor der long ist time für die republik und jetzt haben wir die behelfshymne was ist das kim.com mr president the war for the internet has begun das höre ich mir noch an und baus auf zauberstab punkt krecker punkt info ein und ich höre dann die behelfshymne 2 das ist rob dougain a drowning of blinds valetico ja das hören wir jetzt zusammen an ok also ich mache mal auf pause also zuerst kinder kommen oder nahe machen was andersrum hören wir erst valetico von rob dougain als behelfshymne als behelfshymne für die ordnung a und dann der zweite musikstück kim.com mr president the war for the internet has begun ok hören wir mal rein ist auch auf uiiu3.cracker.info die ganzen folgeliede die zur wahl stünden als behelfshymne ja aber ich nehme jetzt mal valetico so ich habe gehört valetico ich habe gehört the war for the internet has begun bin motiviert ihr wisst ihr so was es geht zur alternative zur republik und zu einer echten außerparlamentarischen überparteilichen direkten in der familie net mit der familie net und auch dem netzwerk ja ihr habt schon verstanden das geht um eine alternative zur republik es sind ungefähr 200 länder packen wir sagen wir haben da auf uiiu3.cracker.info natürlich noch zu valetico verschiedene andere angebote als hymne und können das gemütlich auswählen und bestücken das soll für die republik sind wir eine ergänzung die faschisten mit ihrem geld machen das mit der republik schon leben tun wir das mit der familie und netzwerk so einfach ist die geschichte ich wünsche euch viel glück bei der sache dass wir eine neue dualität haben ein neues duett mit republik familie net zum beispiel meine der andere hat als seine das ist schon klar und meinem netzwerk und du deins das steht auf netzpentakel.cracker.info netzpentakel.cracker.info wie das netzwerk aufgebaut wird regional ich kann ja mal kurz drauf schauen mit euch das ist auch kein problem so das ist das netzpentakel was ist das hier oben noch das intro das ist sehr wichtig unser zeichen des a im kreise und hier steht es zur spitze für mich gott heiliger geist männlich weiblich oben hier ja geht runter bis auf den grund die internetzianer und die frankenspitzen waren meine hilfe deine hilfe sind deine regionsspitzen und deine internetzianer spitze ist für mich gott und der heilige geist männlich weiblich kontakt im sozialwesen über den wird man muss nicht gleich beim geistlichen anfangen aber angeraten bis bürgermeister linker zack das ist das land rechter zack das ist das familiennetzwerk das dual zack jetzt das steht aber auch wiederum auf müsst ihr euch selber durchlesen und rein geben die sachen ja diese marke hat schon mal an einer ich sag dazu marke weil ich dazu so gesagt wurde eine schlägerei an der ampel verhindert habe ich immer einstecken meine holz gravurscheiben das steht auf holzwalle.gräcker.info holzwalle.gräcker.info und auf gräcker.info ewig ist nochmal praktisch beschrieben wie dieser wie dieser unterschied ist der drei ordnungen das ist die republik mit geld und leistung das ist der mausklick mit dem netzwerk und das ist der fingerzeig der familie ok und da haben wir noch den deutschen doppelast beschrieben aus dem lied der linde kaiser und papst oder kündigtum familiennetzwerk kann man auch dazu ausgleiten republik ja das wäre eigentlich alles so zeige ich mich noch mal geht auf zauberstar.gräcker.info da ist der link auf ui u3.gräcker.info und ich schreibe noch dazu den link den ich erwähnte links dazu die schreibe ich gleich drunter na und dann habt ihr es bequem also bis in die tage auf eine dualität mit republik familiennetzwerk also republik familiennetzwerk verstanden also bis später da 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 und dann da